Glück auf YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder schönes Elfmeterschießen. Wie immer mit dabei, der beste Keeper auf YouTube. Ihr habt es gewählt. Das höre ich gerne, Männer. Das ist mein hessischer Bruder. Dann wie immer dabei der Basti. Immer schön auf den Link unten klickt von der R1. Das ist der junge Mann hier. Immer schön folgen. Wir haben auch noch Sponsoren. Dann heute neu mit dabei der Malte. Dann der Sascha. Und dann der Rüping. Heute wie gesagt Elfmeterschießen. Jeder hat fünf Stück. Ich würde sagen, die letzten drei stellen sie auf die Linie. Der Rest schießt auf den Arsch drauf. Heute machen wir schön mit der Bestrafung. Der Torwart schießt immer. Schön auf den Arsch drauf. Und wie es nicht anders sein sollte. Der Schalker fängt an. Der Saza. Ja, den Saza. Okay. Und dann oben drüber. Stabil ey. Sicherer nur. Der Rüping. Wer hat gesagt noch was. Du musst dir mal die Reihenfolge merken ey. Weißt du jetzt grad mal zehn Jahre alt und kannst du nichts mehr. Was für eine Ansage ey. Geht einfach rein und schießt. Oh mein Gott. Der beste. Oh mein Gott. Der beste Keeper auf Youtube. Ey. Ich nehme das mit dem besten Keeper auf Youtube zurück. Das war es einfach nicht schwer. Tut mir leid. Ich sage es wie es ist. Keeper, was ist da los? Jetzt kommt wieder die Ausreden. Ne, du Neike. Ich weiß. Oh. Oh. Ein Lappen schieß Lappen begraben. Wow. Oh. Stark Keeper. Guck mal. Ich will eigentlich eine Ansage machen, aber der Dicke dahinten, wenn ich mal was sage, der zeigt mir mal wo ich hinschieße ey. Der ist unfassbar. Ich mach mal eine seine Schlocke ey. Boi. Okay, der war nicht schlecht. Wir liegs mal hören hier. Du musst dir die Schmach vom letzten mal recht machen. Das ist eine Zeitlupe Männer. Aber so war schon eine Zeitlupe. Kann ich den beim Lappen schießen noch eintragen? Wegen Wiggen? Ah, jawoll. Schnapper. Einfach abgeben. Nein. Abgezogen. Ja. Sicher. Sicher. Schön geschossen. Das hat man schon beim Anlauf gesehen. Ja, hat man auch. Ich brauch jetzt nichts mehr sagen. Ihr wisst was ich mache. Ihr wisst es einfach. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr vom Schalker immer. Wir suchen ihn schon wieder ohne Ansage. Ja, was ist denn? Das ist keine YouTube-Videos, ne? Oh Gott! Was, ey? Der Torwart macht doch nix heute. Der hätte nur die, die auf ihn geschossen werden. Die Sache ist, wie soll ich das noch... Wie soll ich kacken, ob das jetzt noch besser lassen? Ey, du hast Reus hinten draufstehen. Ja, nur weil Reus draufstehen heißt nicht, dass Reus drin ist. Was ist denn, wie geht's los, ey? Habt ihr alle getrunken, ey? Ja, das kann aber echt nicht so gut sein. Das war der Klapp. Einen schönen Schipper in der Mitte. Nichts. Ja. 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 Hättest du mal gewettelt. Hättest du mal gewettelt. Hättest du zwei. Aber ey, einen musst du in den Keeper auch gönnen. Sonst ist der wieder beleidigt. Und dann sagt der, nee, ich will kein Video mehr machen. Die Lacken wird nur aus. Wie kann ich das nicht? Zwei Stoße, ja. Trockn, nek. Bewegst du dich auch mal? Ja, wenn du da kommst, du nicht hin. Ja, tu doch wenigstens so. Super, schock. 3 Meter weit ist doch kein 10 Meter soll. Ja, ist doch egal, hat das jetzt mit dem Video zu tun, ey? Mein Gott, Alter! Ich dachte, die Bayern können nicht wieder schießen, wenn was mit Lewandowski geht. Das ist halt, wenn man erfolgt von jetzt Männern. Da kannst du nichts machen, ja. Dann geh ich nach Hause, ich schwöre, dann höre ich auch. Ah, er hat es versucht, ey. Festhalten kostet eine Kiste Bier, ne? Wollte ich jetzt nur mal sagen. Endlich mal einen sicheren, ey. Mach mal einen oben rein. Klasse, Junge! Das ist das erste Mal vom Kürtenschissen, das werden die anderen recht. Aber er hat daneben geschossen. Ey, das ist stark. Ich glaube, er hat vier, ne? Oder drei. Ausgeguckt, Schnapper, ey. Und ich hab wieder den Druck jetzt. Oh, Video aus. Ich kann das, bei dem kannst du das einfach nicht machen, weil der nicht springt. Also, was ist Ihre Stellungnahme dazu? Ähm, Wiederholung. Wir schneiden das so, dass der erste ist. Vorher, ich geh vor. Warte, warte. Und jetzt einer von uns noch. Jaaaa! Deinen Arsch hole ich mir gleich. Der bewegt sich nicht. Du kannst dich in der Mitte chippen. Der spickt nicht. Ich hab noch gerade. Ja, wer ist gut? Ja. Easy, ey. Meine Güte, ey. Ey. Keaa, ey. Jaaa, Schnapper! Den hast du eigentlich gut gehalten. Jaaa! Einfach schön fest in der Mitte jetzt. Warte! Jaaa! 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 Ich leg noch! Ich leg noch! Ich sag nix mehr, ehrlich. Ich red nicht mehr mit der Kamera. Wie fühlt sich das an, wenn man sch- Och du Scheiße! Schade! Oh Matze! Kein Druck, Marc! Der kann nix! Kein Druck! Wir alle wieder nicht können, Alter! Ehrlich! Schade! Daneben, guck mal! Jaaa! Hast du gedacht, ne? Meine Güte! Boah, der war schön! Der war stark! Schöner, locker Schuss. Der hat unten noch ja nix gemacht. Kein Druck, ne? Jaaa! 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 Scheiiiiss! Mach ihn einfach reiß! Mach ihn einfach reiß! Alter, mach dich! Das ist Wettbewerbsverzerrung hier! Mach mal nochmal so! Ne, ne, ne! Ja, wad nu! Wer hat denn? Basti geht auf die Linie! Rüchling geht auf die Linie! Wer noch? Malte! Malte! Ach ja! Malte! Ihr Statement zu ihrer schlechten Leistung? Malte Schnauze! Was sagen sie dazu? Wir sehen uns gleich beim 16 Meter! Was sagen sie dazu? Wir sehen uns gleich beim 16 Meter! Was ist denn jetzt mit ihrer schlechten Leistung? Ja, das ist äh... Warte, ich zeig euch nochmal die Schuhe hier! Guckt euch das an, Alter! Junge, Junge, Junge! Wahnsinn! Geil! Normaler... Der ist nicht in dem drin! Hier, guck da! Ein kurzes Statement? Ähm... Merkt euch! Brust nach vorne, dann bleibt er flach! Ich sag, er schießt am besten, weil der keine Fußballschuhe handelt! Ich nehm's wieder zurück, tut mir leid! Ich hab mich vertan! Dann kriegt ihr alle auf mich! Was soll das? Hier, halt mal die Kamera! Das ist der hässlichste! War ich los, den zurückkrieg, oder was? Guckt nach vorne! Nee, guck mal, der kommt! Nee! Das war nicht echt so lange! Ja, wie Gott! Die Spannung steigt! Er wird drüberschießen, meine Freunde! Jawoll! Einer hat getroffen! Schön auf dich! Mein Gott, sind wir scheiße, Alter! Ja, leider, ja! Sind wir scheiße! Ja, tat nicht weh! Der Schnapper hat ein bisschen nachgelassen! Der war im letzten Video ein bisschen stärker, wo er... Wir werden's jetzt gleich in 16er laufen! Ja! So! Der Schalke hat wie immer grandios versagt! Wie beim allerersten Video! Ich bin einfach der Beste! Nein! Bewerten, kommentieren nicht vergessen! Erst gerne 70 E1-Jugend abchecken! Abonnieren! Liken! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Tschüss! Und ihr seid alle hässlich! Und jetzt schneide ich das jetzt raus! Tschüss! 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 Tschüss!